Die Hager Gruppe ist ein Familienunternehmen, gegründet 1955 von meinem Vater und meinem Onkel im Saarland damals. Das Unternehmen beschäftigt heute 11.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete letztes Jahr 1,6 Milliarden Umsatz. Hager stellt elektrotechnische Lösungen für die Infrastruktur in Gebäuden her, für Wohn- und Zweckgebäude. Das drückt sich praktisch in Produkten aus, wie die Elektroverteilung, Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter, aber auch gängigere Produkte wie Schalter und Steckdosen. Unsere Werke im Elsass sind natürlich ein wichtiger Bestandteil unserer Gruppe. Zum einen, weil wir von hier aus den französischen Markt bearbeiten. Zum anderen, weil wir hier eine starke Kompetenz oder unser Kompetenzzentrum im Bereich Schutz und Schalten haben. Das ELTAS bietet uns natürlich außer der hervorragenden Infrastruktur der gut ausgebildeten Mitarbeiter natürlich gute Rahmenbedingungen, auch um unsere Kunden zu empfangen. Das Groupe Hager hat drei Herausforderungen in den Bösen. Der erste, der wir vorbeigest zu entwickeln in der Räsidentiel. Der zweite, der wir vorbeigest in den Bösen, in den Bösen, die Bösen. Und der dritte Punkt ist, dass die intelligenten bauten sind. Wir haben in unserer Zentrale, Blitzkastel, in Allemagne, gebaut ein bauten, mit dem bauten, der stöckte Energie, der präumt von Energie, Energie renouvelable. Ich glaube, Frankreich und Deutschland haben unterschiedliche Ansichten, was die Energiewende angeht. Ich glaube, dass das Thema Energie dennoch ein europäisches Thema ist und dass gerade dieses Event vielleicht die Position von Frankreich und Deutschland näher bringen kann. Dass wir uns auch während diesem Summit über Lösungen unterhalten können, die am Ende den Menschen in Europa helfen, mit dem Thema Energie besser, einfacher und sicher umzugehen. Wir hoffen, über das Summit natürlich neue Kontakte knüpfen zu können und auch die Region in seiner Gesamtheit für das Thema Energie noch stärker zu begeistern. Weil am Ende besteht alles aus einem Ekosystem und das Ekosystem im Elsass natürlich, was das Thema Energie angeht, ist sehr stark. Wird vielleicht nicht als solches anerkannt und vielleicht entstehen ja durch solche Initiativen auch neue und andere Initiativen, die uns bei dem Thema Innovation und Förderung noch weiterbringen. weiterbringen.